Herzlich Willkommen zum Vortrag Agile Hive Safe Without Lesson Tools. Mein Name ist Jan Kunscher, ich bin Solution Owner von Agile Hive bei Cybert Media. Und genau dies, also unsere Lösung um Safe mit der Lesson Tools abzubilden würde ich heute gerne hier im Schnelldurchlauf mal vorstellen. Vielleicht mal ganz kurz die Hände hoch. Wer nutzt denn Jira im Unternehmen? Das waren eigentlich alle. Wer nutzt denn auch Confluence? Wer nutzt beide verbunden? Das ist ja super. Habt ihr bald schon ein bisschen hier Muskelkater. Ich fang sofort an. Bevor ich jetzt sehr viel drüber quatsche, was ist Agile Hive ganz genau und so weiter und so fort, wir haben ein tolles Marketing Video, welches auf unserer Agile Hive.de Seite zur Verfügung steht. Das würde ich erstmal ganz kurz als Intro vorstellen und danach geht es sofort in eine Live Demo über, wo ich mal so ein paar Feature Highlights vorstelle. Und ich versuche so schnell durch zu sein, dass wir dann auch zum Schluss noch in der Regelzeit Fragen beantworten können. So, ich starte das jetzt mal nicht im Internet, sondern ich habe das nochmal runtergeladen. Agiles Arbeiten in Teams bietet viele Vorteile. Sie planen besser, überblicken jederzeit den aktuellen Stand Ihres Projekts, liefern schneller Ergebnisse und Ihre Kunden waren noch nie so zufrieden. Doch Sie denken größer und wollen agil skalieren. Synchronisieren Sie die gemeinsame Ausrichtung, Zusammenarbeit und Auslieferung Ihrer agilen Teams mit Agile Hive und dem Scaled Agile Framework Safe. Behalten Sie durch die hierarchische Darstellung Ihrer Artefakte, Epic Capability, Feature und Story den Überblick. Führen Sie einen Drilldown über alle Safe-Ebenen aus und erkennen Sie, welche Teams wann involviert sind. Agile Hive stellt Abhängigkeiten zwischen Vorgängen visuell dar und unterstützt Sie bei der Planung. Dank unserer zahlreichen Reports sind Sie bestens über die Fortschritte Ihrer Safe-Artefakte informiert und das in Echtzeit. Lassen Sie sich Fertigstellungstermine gewünschter Artefakte oder Artefaktbündel prognostizieren. Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre Agile Release Trains samt des noch zu erfüllenden Fertigstellungsgrades. Oder identifizieren Sie, wie viel Value bereits generiert wurde. Gerne zeigen wir Ihnen in einer persönlichen Demo, warum Agile Hive die perfekte Safe-Lösung für Sie ist. Genau, die persönliche Demo, die machen wir jetzt sozusagen. Agiles Arbeiten in Teams bietet Ja, man sollte natürlich nicht das Video nochmal zeigen. Genau, auf dieser Webseite agilehive.de findet man im Prinzip das Ganze nochmal ein bisschen verschriftlicht, welche Highlights wir in unserer Lösung bieten. Und weiter unten, das möchte ich ganz kurz mal auch zeigen, zeigen wir auch die Kosten auf. Also wir sind da völlig transparent. Ja, es gibt da keine Geheimnisse. Man muss jetzt auch uns nicht erstmal kontaktieren auf Anfrage und so weiter. Preise sind alle sofort ersichtlich. Das heißt, man sieht zum einen aus welchen Apps unsere Lösung besteht. Ja, das heißt, wir nutzen natürlich vorrangig Jira und Confluence als sozusagen Grundbau. Und dann, ich kann das gerne kurz mal aufklappen, nutzen wir folgende Apps, ja, um Safe ganzheitlich abzubilden. Also der eine oder andere kennt vielleicht schon mal vielleicht Portfolio for Jira oder Big Picture. Ja, das Problem ist, dass einzelne Apps immer nur vielleicht ein Problem lösen, ja, aber nicht eben alle oder zumindest nicht alle Anforderungen abbilden. Und deswegen haben wir hier ein ganzes Bündel sozusagen in Arbeit. Und des Weiteren sieht man hier unten auch zum Beispiel das Dienstleistungspaket, ja, wenn wir dann beim Kunden Agile Hive einführen sollen. Aber wie gesagt, das kann man alles nachlesen. Ich springe sofort in die Lösung selbst hinein. Hier sehen wir, muss ich das ein bisschen größer machen, kann man das hinten sehen? Soll ich ein bisschen größer machen? Ne, passt? Okay. Also wir befinden uns jetzt hier in größer machen, alles klar, kein Problem. Machen wir das mal ein bisschen. Passt das so, besser? Nochmal. So, jetzt bin ich schon bei 133 Prozent, aber es geht. Wir sehen jetzt hier Jira, ein angepasstes Jira selbstverständlich. Und das erst, was ich gerne zeigen möchte, ist hier oben das Menü. Das heißt, sobald man Agile Hive beim Kunden oder bei ihnen implementiert, finden wir dieses Menü vor. Dieses Menü oder grundsätzlich vielleicht mal was zu Agile Hive kann in bestehende Instanzen implementiert werden, ohne dass es Auswirkungen hat auf bestehende Projekte. Und des Weiteren können wir das auch so einstellen, dass nur die Mitarbeiter, die dann auch nach Safe arbeiten, ja, auch nur dann die ganzen Agile Hive Ansichten oder auch dieses Menü überhaupt zu sehen bekommen. Ja, das heißt, man kann das ganz klar trennen. Und wir finden jetzt hier gerade eine Full-Safe-Implementierung vor. Das heißt, grundsätzlich können wir alle Safe-Implementierung oder Konfiguration besser gesagt einführen. Also Essential, Large Solution, Portfolio oder Full-Safe. Das spielt keine Rolle. Es spielt auch keine Rolle, wenn man erstmal mit Essential starten möchte und später zum Beispiel auf Portfolio hochgehen möchte. Das ist alles kein Problem. Und in diesem Menü finden Sie alle wichtigen Ansichten, fokussiert, zentralisiert, schnell erreichbar. Ja, aufgrund der Zeit kann ich natürlich jetzt nicht in alle eingehen, aber in die wichtigsten werde ich eingehen. Und die erste ist direkt hier unsere Full-Safe-Hierarchy. Die habe ich schon im Hintergrund mal hier geöffnet. Bei einem Full-Safe, also haben wir bekanntermaßen vier Ebenen. Portfolio, Large Solution, Programme und Team-Ebene. Und diese Ebenen haben wir hier in einer hierarchischen Darstellung, die wir automatisch tatsächlich generieren. Das heißt, die verschiedenen Vorgänge auf den verschiedenen Ebenen. Fangen wir mal oben an. Portfolio-Epic als Beispiel, Capabilities, Features und Stories. Die werden mit einer Verlinkungsmethodik miteinander in Relation gebracht, die wir hier implementiert haben, sodass diese Hierarchie automatisch aufgebaut wird. Und des Weiteren stellen wir sicher, dass diese verschiedenen Verlinkungen, die wir da setzen, dass es auch immer nur korrekte Verlinkungen sozusagen sind. Dass man jetzt nicht zum Beispiel ein Portfolio-Epic sofort mit einer Story-of-Team-Ebene verknüpfen kann. Somit stellen wir sicher, dass diese Hierarchie, die ich gleich hier aufklappe, immer korrekt ist. Und schauen wir uns mal kurz dieses Portfolio-Epic an. Ich habe das jetzt hier ohne ein Szenario mal gemacht. Einfach, um das mal ein bisschen besser zu zeigen. Also, dass diese Initiative, die Maßnahme, das Epic, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, haben wir hier schon vorliegen. Wir können das jetzt aufklappen. Und wir sehen, da wo mein Cursor ist, schon die nächste Ebene, also unsere Capability. Und was wir auch sehen, sind schon mal hier ein paar Confluence-Seiten. Zu denen komme ich gleich noch. Ich mache jetzt erstmal den Drill-Down. Jetzt sehen wir als nächstes, gehen wir von der Large-Solution-Ebene auf die Programme-Ebene. Wir sehen jetzt schon mal, anhand dieser Gruppierung hier, in welchen PIs an dieser Capability gearbeitet wird. Und da, ja, an Capabilities eigentlich auch immer zwei Arts, ja, dran arbeiten, sehen wir auch schon direkt, wir haben den Art Flush und wir haben den Art House. Und wir sehen, dass beide hier involviert sind und wir sehen auch zumindest schon mal aus PI-Sicht schon mal, wann. Und jetzt können wir natürlich tiefer reingehen. Schauen wir mal, was hier so Sache ist. So, wir sehen, in dem PI-3 von dem Art Flush ist ein Feature geplant und beziehungsweise nicht nur geplant, sondern auch gerade schon eine Implementierung. Und das kann ich jetzt nochmal aufklappen und dann sehe ich sogar, welche Teams sind involviert an diesem Feature. Welche Teams arbeiten denn an diesem Feature? Das sind jetzt hier diese drei. Und, ja, wenn ich noch tiefer gehen möchte, bitte sehr, kann ich gerne machen, dann sehen wir, ich mache das erstmal hier so, So, dann sehen wir schon mal, auf Sprint-Ebene, ja, gibt es schon mal überhaupt, welche Sprints gehören zu diesem Feature, ne, oder beziehungsweise zu den Storys, die ich jetzt schon mal aufklappe, damit das klarer wird. Wir sehen also, diese Story befindet sich in einem Sprint, welcher in der Zukunft noch liegt. Wir sehen auch, wie der heißt. Wir sehen aber auch zum Beispiel, dass es hier einen aktiven Sprint gibt. Also hier ist gerade aktiv oder sind aktiv diese Vorgänge in Arbeit, beziehungsweise wir sehen sogar schon, die sind sogar schon abgeschlossen hier. Und, genau, abgeschlossenes Sprint sieht man hier genauso. Ich muss mal kurz gucken, ob ich einen habe. Ne, ist auch nicht so schlimm. Das heißt, hiermit habe ich einmal den kompletten Drill-Down von der Portfolio-Ebene bis runter auf die Team-Ebene hier dargestellt. Und wie gesagt, all das, was Sie hier sehen, wird automatisiert aufgebaut. Zum Schluss, bitte. Die nächste Ansicht, die ich gerne darstellen möchte, ist das Portfolio-Board. Wir haben natürlich für jede Ebene unterschiedliche Boards. Auf der Portfolio-Ebene haben wir natürlich ein ganz normales Kanban-Board, welches hier, ja, grundsätzlich safe by the book leben wir hier. Das heißt, das sind also die Statues, die Scaled Agile vorgibt. Und wir starten hier in dieser Backlog-Ansicht erstmal hier unten, das müsste ich jetzt nochmal aktualisieren, nicht so schlimm, mit dem Status Funnel. Da landen natürlich erstmal alle unsere Epics rein, ja, und dann durchlaufen wir eben den safe-spezifischen Workflow. Workflow, selbstverständlich kann man diesen Workflow auch ändern. Also unsere Lösung ist total flexibel, was Benahmung angeht, was Vorgangstypen angeht, was, ja, Workflows angeht, ja. Und das heißt, das Ganze durchläuft dann hier den typischen Prozess. Und ich überspringe jetzt mal die Large-Solution-Ebene aus Zeitgründen und würde direkt mal auf die Program-Ebene wechseln. Auch auf der Program-Ebene finden wir ein Kanban-Board wieder, auch wieder mit den safe-spezifischen Statues. Und hier sehen wir schon mal sehr schön unsere verschiedenen Features und Enablers. Wir sehen, ich habe das jetzt sehr ran gesoomen, deswegen ist das alles ein bisschen hier so gestaucht. Wir sehen auch ganz genau, wann die jeweiligen Vorgänge eingeplant sind. Und wir sehen auch, zu welchem Epic diese gehören. Ja, das sieht man dann zum Beispiel hier an diesem schönen Label. Und wir haben auf jeder Ebene die schöne Möglichkeit eingebaut, dass wir, wie man das jetzt hier auf der linken Seite sieht, der eine oder andere kennt es, man hat ja dort dieses sogenannte Epic-Panel normalerweise. Ja, das kennen Sie sicherlich gerade von der Team-Ebene. Und wir haben dieses Epic-Panel insofern umgebaut, als dass wir genau bestimmen können, welche Vorgänge von der darüber liegenden Ebene hier dargestellt werden und auch direkt, wie diese typischen Jira-Epics verlinkt werden können. Das heißt, stellen Sie sich jetzt hier vor, wir haben jetzt hier unsere Features und Enablers auf Programmebene. Ich nehme mal die hier aus dem Backlog. Und dann sehen wir zum Beispiel, dass es diverse hier gibt, die noch gar keine Beziehung haben zu einem Epic. Und das kann ich jetzt sehr einfach durchführen, indem ich per Drag & Drop natürlich hier einfach das darüber fallen lasse, sozusagen. Und dann werden die jeweiligen Labels natürlich auch gesetzt. Und wie gesagt, das geht auf jeder Ebene. Das heißt, das zeige ich auch gleich nochmal auf der Team-Ebene. Und dadurch, dass ich das jetzt hier miteinander verknüpft habe, wurde schon meine Hierarchie, die ich eben gezeigt habe, beeinflusst. Das heißt, der User muss hier überhaupt nicht mehr groß in den Vorgängen selber was editieren, irgendwelche Link-Typen auswählen. Per Drag & Drop wird das alles schon erledigt, weil wir das im Hintergrund schon einstellen. Und wir wollten damit eben die Usability so einfach wie möglich halten. Und gerade auf der Team-Ebene, wenn ich das jetzt schon mal vorweg nehme, ist es so, ich habe das, glaube ich, sogar schon offen, bei den Team-Boards. Ja, das ist identisch. Da sehen wir jetzt hier auf der linken Seite das Feature-Panel. Weil über der Team-Ebene haben wir ja zum Beispiel Features oder Enablers oder Risks oder was auch immer. Wie gesagt, da sind wir völlig flexibel. Und auch hier werden dann die jeweiligen Vorgänge, so wie man es gewohnt ist, können die dann einem Feature zugewiesen werden. Und was wir auch können, ist, dass eine Story zum Beispiel mehreren Features angehört. Ja, und das können wir auch zeigen. Das ist auch eine Sache, die Jira im Standard nicht kann. Was hier zur Team-Ebene zu sagen ist, ist, die meisten Teams arbeiten sowieso schon mit Epics meistens, um ihre Vorgänge zu strukturieren oder zu organisieren. Und arbeiten sowieso mit diesem Panel hier auf der linken Seite. Und das Schöne ist, dass durch Agile Hive dieser Ablauf genauso bleibt. Ja, das heißt, der einzige Unterschied ist eigentlich, dass da jetzt nicht mehr Epic steht hier an der Stelle, sondern steht Features oder das, was sie eben möchten. Und dass es eben auch keine Jira-Epic sind, sondern die tatsächlichen Safe-Artefakte von der Ebene darüber. Das heißt, wir ändern hier eigentlich auf der Team-Ebene so gut wie gar nichts. Damit bleibt die Akzeptanz für diese Lösung, gerade auf der Team-Ebene, da wo die meisten User ja wirklich sind, sehr, sehr hoch. Jetzt springe ich nochmal kurz zurück auf die Programmebene. Das heißt, auf der Programmebene, sorry, wo habe ich es? Ich habe es, glaube ich, zugemacht. Nein, hier ist es. Auf der Programmebene haben wir also einerseits unser Kanban-Board mit den Statuts. Und andererseits möchten wir natürlich jetzt auch unsere Vorgänge überhaupt erstmal zeitlich einplanen in die PIs. Jetzt könnte man natürlich in jeden Vorgang reingehen und den bearbeiten, aber das ist alles wieder so ein bisschen zeitintensiv. Das macht keinen Spaß. Deswegen haben wir hier eine weitere Ansicht, die sich dann nennt Programme-Roadmap. Die lade ich mal ganz kurz. Das dauert ein bisschen länger, weil das Internet hier ist, habe ich gehört, ist nicht ganz so schnell, aber gut. Ja, sollte gleich kommen. Ja, ich hätte es vielleicht vorher mal laden sollen. So, also, was wir jetzt hier sehen, ist die Programme-Roadmap von dem Agile-Release-Train Full House. Ja, jeder Agile-Release-Train hat seine eigene Roadmap, selbstverständlich. Und die erste Spalte, die wir hier sehen, das ist die Spalte, wo alle Vorgänge reinkommen, die noch überhaupt nicht zeitlich eingeplant wurden. Ja, ich muss mal kurz gucken, ob wir welche haben. Also hier unten zum Beispiel haben wir Impediments, ja, die wurden überhaupt noch nicht bisher in PIs eingeplant. Und hier oben sehen wir aber schon, dass wir ganz viele Enabler, wie man hier sieht, oder Features haben, die bereits in die PIs eingeplant wurden. Selbstverständlich, ich kann das mal ganz kurz nochmal simulieren, also wenn wir jetzt hier welche hätten, dann kann ich es einfach bei Drag & Drop hier in ein gewünschtes PI reinziehen und dann wird dieser Wert tatsächlich auch in dem Vorgang festgehalten. Ja, das heißt, so funktioniert grundsätzlich die zeitliche Planung der Vorgänge. Und was uns dann sehr interessiert, ist einerseits auf der Programmebene selbst die Abhängigkeiten, die zum Beispiel Features oder gerade Enabler und Feature miteinander haben. Und auch die, ich kann es gerade mal ein bisschen hochscrollen hier, auch die können wir schon hier darstellen, wie man hier sieht. Hier haben wir mal eine modelliert. Des Weiteren, wo wir gerade bei den Abhängigkeiten sind, können wir das Ganze auch natürlich auf der Team-Ebene durchführen. Und auf der Team-Ebene, da ist das gerade am wichtigsten. Das habe ich hier schon mal geöffnet. Ah, da muss ich kurz mal zurückspringen. Moment. So. Ich mache mal ein bisschen mehr Platz, weil ich so rangezoomt habe. Auf der Team-Ebene sieht das dann wie folgt aus. Also, Sie kennen ja sicherlich das PI-Planning, die großen analogen Boards. Da hängen sehr, sehr viele Vorgänge. Und ja, dann fängt man an mit den roten Schnüren und modelliert die Abhängigkeiten. Tja, und was dann? Ja, da gibt es wilde Geschichten, dass dann diese analogen Boards mit großen LKWs durch Deutschland gefahren werden. Ja, und hoffen sich, gibt es da keinen Unfall. Denn sonst ist die ganze Arbeit im Prinzip weg. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, diese analogen Boards zu digitalisieren. Ja, das heißt, die sollen nicht ersetzt werden, sondern die sollen einfach nur sozusagen digital abgespeichert werden. Und das ist das, was wir jetzt hier sehen. Das heißt, wir sehen jetzt von unserem LKWs Train Full House die verschiedenen Teams, die in diesem Train enthalten sind. Und wir sehen hier oben die Spalten, das sind dann die verschiedenen Iterationen. Man sieht auch das Datum immer da drunter. Ich hoffe, das kann man da hinten erkennen. Das ist leider ein bisschen grau. Und in den Zellen sehen Sie die tatsächlichen Sprint-Inhalte der jeweiligen Teams. Und was wir jetzt machen können ist, ich kann die ganzen Abhängigkeiten, die diese verschiedenen Vorgänge haben, hier darstellen. So, da sind sie schon. Was mir jetzt hier direkt auffällt ist, es gibt nicht nur rote Fäden, es gibt auch grüne Fäden. Es gibt übrigens aber auch noch, muss ich mal anmachen, es gibt auch noch graue Fäden. Und der Unterschied ist eigentlich sehr einfach. Die grünen, fangen wir mal kurz mit denen an. Ja, die haben eine Abhängigkeit. Also hier zum Beispiel Kings 13 hat eine Abhängigkeit mit Kings 7, hier in der nächsten Spalte. Und wie muss man das lesen? Man muss das so lesen. Kings 13 muss abgeschlossen sein, bevor Kings 7 startet. Ja, ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Und da es zeitlich auch genauso eingeplant ist, ist diese Abhängigkeit hier grün dargestellt. Wäre eine Abhängigkeit vorhanden, wie hier, die im gleichen Zeitraum greift, dann ist sie grau. Das heißt, das muss man dann selber entscheiden, ob man dieses Risiko eingehen möchte. Es ist sogar teamübergreifend, dass das eine Team auf Zulieferung des anderen Teams wartet, während eines Sprints. Also meinetwegen könnte die Farbe auch hier orange sein. Also das Risiko ist immer ein bisschen hoch. Und das möchte man auch nicht unbedingt so einplanen. Und was man auf jeden Fall umplanen muss und diskutieren muss, das sind hier alle roten Pfeile oder Abhängigkeiten. Das heißt, hier wartet etwas, hier wartet zum Beispiel Queens 3, dass Prince, ich glaube es ist 6, kann man jetzt ja sehen, schon fertig ist. Ja, aber Prince 6 ist viel, viel später eingeplant. Ja, deswegen müsste ich das Ganze jetzt umplanen. Und das kann man hier per Drag & Drop machen. Das heißt, ich könnte jetzt hier diesen Prince 6 nehmen und ich könnte den mal früher einplanen. Dann sehen wir, dass diese eine Abhängigkeit, die eben rot war, jetzt grün wurde, aber jetzt habe ich was anderes angeleiert. Das ist diese andere Abhängigkeit, die diese Prince 6 hatte, rot geworden. Ja, das heißt, hier haben wir, ich nenne das immer Planungstetris. Das heißt, das ist gar nicht so einfach, dass wir hier die Abhängigkeiten, also auflösen können wir sie ja nicht, ist ja klar. Aber wir wollen versuchen, dass sie zumindest grün werden und dass vor allem die langen Abhängigkeiten, also diese über das gesamte Board gehen, das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen, dass die Arbeiten relativ zeitnah hintereinander erfolgen. Auch das kann ich natürlich hier sehr, sehr gut erkennen. Wobei, ja, dass es über einen kompletten Sprint jetzt geht, passt eigentlich schon. Genau, das heißt, das ist hier im Prinzip das PI Planning Board in digital. Das PI Planning, wer hat alles schon mal im PI Planning gemacht, beziehungsweise teilgenommen? Das weiß ich doch. Hallo übrigens. Bei einem PI Planning, gerade bei so einem ersten PI Planning, ist es von großem Vorteil, wenn man, also je mehr man vorbereitet, desto besser natürlich. Und ein großer Vorteil besteht darin, dass man zum Beispiel diese ganzen Vorgänge, die Sie jetzt hier schon sehen, ja, entweder schon vorbereitet hat, beziehungsweise diesen Luxus hat man ja nicht immer, sondern die Vorgänge entstehen ja auch dann in den Breakout Sessions während des PI Planning. Der große Vorteil wäre dann, diese Vorgänge sofort in Jira zu erfassen und sie dann auszudrucken, ja. Und für das Ausdrucken bieten wir selbstverständlich auch eine Funktion an, die dann die Vorgänge auf A6-Karten ausdruckt. Das nutzen wir bei uns, bei Sermedia, ganz, ganz viel. Das heißt, wir haben wirklich A6-Papier in unserem Drucker. Wir drucken die Vorgänge aus, da stehen alle wichtigen Informationen drauf, die ich möchte, ja, weil wir bestimmte Templates vorgeben, das kann ich gleich noch zeigen. Und dann komme ich mit meinem, ich nenne ihn mal Vorgangsstapel an, und das machen alle anderen auch, und hänge dann ihre Vorgänge hier an dieses analoge Board dann. Und das Schöne ist, dass alle Vorgänge, du hast sie sogar dabei, ja. Nein, also ich kann... Genau, das kann ich gerne gleich zeigen. Genau, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Vorgänge auszudrucken. Ich kann sie einzeln ausdrucken, ich kann sie über eine JQL ausdrucken, ich kann sie in meinen Scrum Boards ausdrucken, zum Beispiel nach Sprints oder nach Status, ja. Also das kann man sehr, sehr einfach tun, tatsächlich. Und wenn Sie das machen, dann ist Ihr PI-Planning ungelogen 50% besser, ja, wenn nicht sogar noch besser. Wir bieten auch Risk Management an, das würde ich heute auch überspringen, tatsächlich. Was ich als nächstes nochmal zeigen möchte, das ist tatsächlich die Team-Ebene und das, was wir jetzt gerade so ein bisschen besprochen haben. Also auf der Team-Ebene, wie gesagt, jedes Team hat sein eigenes Scrum Board, arbeitet also nach wie vor in ihrer gewohnten Umgebung, planen natürlich ihre, naja, was sind das dann, 5, 6 Sprints. Das ist natürlich der große Unterschied zu Scrum, wenn ich mit Save arbeite. Und das Schöne ist, wie gesagt, ich kann per Drag & Drop meine Vorgänge direkt an Features hierarchisch verknüpfen. Und um die Frage nochmal jetzt gerade aufzunehmen, wie funktioniert es mit dem Drucken? Das funktioniert ganz einfach. Ich kann dann hier oben auf den Button Instaprinter gehen. Und so, das dauert ein bisschen, weil das Internet hier, egal. Und hier haben wir dann die Möglichkeit, zum Beispiel ein gesamtes Board auszudrucken, falls ich das möchte. Oder ich kann einzelne Sprints auswählen oder nur den Backlog auswählen, ja, das kann man alles ja einfach machen. Ich werde mal einige gerade hier rauskicken. So, und dann kann ich hier sagen, Save as PDF oder, ich habe jetzt keinen Drucker hier direkt an dieser Testinstanz hinterlegt, ich kann auch direkt auf Drucken gehen und dann kommen sie sofort raus. Ja, also wir haben hier ein paar Templates mitgeliefert, manche sind save-spezifisch und manche sind eher allgemeingültig oder agile-gültig sozusagen. Und wenn wir jetzt hier auf die Story gehen, dann, guck mal. So, das dauert jetzt leider, wie gesagt, wegen der Internetverbindung, aber ich möchte es gerne zeigen. So, da ist es. So, das heißt, das sind diese Kärtchen, also jede Karte ist eine einzelne Seite sozusagen. Und was Sie jetzt hier sehen, das sind verschiedene Feldinformationen. Und grundsätzlich können wir diese Templates, das machen wir üblicherweise auch für die Kunden anpassen. Jeder Kunde hat immer so ein bisschen eine andere Vorstellung, wie das Ganze aussehen soll. Einer möchte vielleicht einen QR-Code noch dazu haben oder jemand möchte nicht die Priorität sehen, ja, weil man sowieso mit Storypoints arbeitet, etc. Und was wir jetzt hier sehen, ich möchte es mal ganz kurz ein bisschen erläutern, das ist ja natürlich der Vorgangsschlüssel, Vorgangs-Icon, die Summary. Okay, und das ist dann vielleicht ein bisschen ungewohnt, was wir jetzt hier nicht zeigen, ist zum Beispiel die Description, ja. Können wir natürlich machen, aber was uns hier tatsächlich jetzt interessiert ist, welche Abhängigkeiten hast du denn, ne, du Story hier. Oder zu welchem Feature, also die Abhängigkeiten sehen Sie dann hier, nicht die Abhängigkeit, sorry, zu welchem Feature gehört diese Story. Und das sehen wir dann auch sowieso hier unten nochmal. Und was wir hier oben in dieser Tabelle dann sehen würden, sind, dass ich alle Abhängigkeiten, die diese Story hat, die ich eben schon in diesem Board gezeigt habe mit den roten und grünen und grauen Pfeilen. Ja, das würde dann hier festgehalten werden. Wir sehen natürlich auch, in welchem Sprint dieser Vorgang eingeplant ist und ja, hier oben natürlich die Storypoints, ganz wichtig. Wir haben für die Programmebene ein anderes Template, wo wir dann, da interessiert uns natürlich nicht die Storypoints, sondern was interessiert uns da? Mit welcher Priorisierungsmethode arbeiten wir auf Programmebene? Ja, also mit dem Weighted Shortest Job First und das ist der Wert, der uns interessiert, das heißt, den stellen wir natürlich hier dann dar. Uns interessiert auch, zu welchem Capability oder zu welchem, falls wir nur ein Portfolio Safe haben, zu welchem Epic gehörst du denn? Und wann bist du eingeplant? Ja, also all das ist dann tatsächlich von Level zu Level ein bisschen unterschiedlich. Deswegen gibt es auch unterschiedliche Templates hierfür. So. Was ich jetzt zum Schluss zeigen möchte, und das ist ganz wichtig tatsächlich, ich habe das glaube ich schon auf, das ist natürlich das Reporting. Dazu muss ich, ja wobei es geht, es ist leider ein bisschen gestaucht durch den Zoom, aber passt schon. Das Reporting ist natürlich eine Kernfunktion, ja und das ist, sage ich mal, einer der USPs von Agile Hive. Das heißt, es spielt keine Rolle, wie viele Hierarchie-Ebenen Sie jetzt einführen möchten. Sie können auch zehn einführen, das ist zwar natürlich mehr safe-konform, aber es ist tatsächlich technisch gesehen irrelevant. Wir können über alle Ebenen hinweg die Daten, die dann in den Stories liegen, in den Teams, hoch aggregieren, ja, bis hinein auf die oberste Ebene in das Portfolio Epic oder in das Portfolio Enabler. Und wir können dann hier mittels, mit Hilfe von Reporting Gadgets auf den Dashboards, ja, kennen Sie ja alle, da bieten wir mehrere Reports an, haben wir die Möglichkeit in Echtzeit den Fortschritt zum Beispiel uns anzuschauen für jedes Portfolio Epic. Ja, also da sehen wir dann zum Beispiel, nehmen wir uns mal gerade die Flying Cars hier vor, die sind hier, kann die jeder sehen? Ja, ne? Da sehen wir also, so heißt das Epic, wir sehen auch nochmal den Vorgangsschlüssel und wir sehen einen grauen Balken, ja, der hat tatsächlich was zu sagen. Wir sehen einen schwarzen Strich und dann sehen wir diesen Bultenbalken. Ich fange mal an mit dem grauen Balken, was der bedeutet. Wenn man ein Epic zunächst erstellt, dann gibt es, dann, ja, entscheidet man sich irgendwann, möchte man dieses Epic verfolgen, möchte man da mehr Analyse betreiben, möchte man den WSJF aufbauen, ne? Und dann habe ich ja eine sogenannte Initialbeschätzung, ne? Wie groß beschätze ich denn dieses Epic jetzt, ohne die Daten aus den Teams zu haben? Und diese Initialbeschätzung, das ist, ähm, jetzt muss ich gerade mal selber gerade gucken, ob das der graue Bike oder der schwarze ist. Ah ja, sorry, das ist also dieser schwarze Strich, ja? Ja, hier, also das heißt, bei Flying Cars waren es, äh, war es 400, also eine, äh, Jobsize von 400 und, äh, der graue Balken zeigt dann an, äh, was wir zur Zeit schätzen, ja? Das macht man dann natürlich bis zu einem gewissen Zeitpunkt, ähm, bis man im Prinzip die, die Daten von den Teams erhält, ja? Ja, weil dann habe ich ja meine, meine genauen Daten, aber bis dahin gibt es eine Initialbeschätzung und dann kann das sein, dass, äh, vielleicht ein Epic einen Monat nochmal rumliegt, man guckt sich das nochmal an, vielleicht hat sich, äh, dadurch, dass ein Konkurrent irgendein Produkt rausgebracht hat, ja, ändert sich unsere Time Criticality, ja, vielleicht auch unsere Risk Value und dadurch ändert sich dann halt auch, äh, vielleicht der Aufwand und, ne? So, und das kann man halt alles hier gegenüberstellen, man kann also immer schauen, wie viel haben wir original beschätzt, wie viel schätzen wir jetzt und was sagt eigentlich, was sagen eigentlich die Teams dazu? Und die Teams, das ist halt dieser schöne bunte Balken hier, die haben das Ganze jetzt hier beschätzt auf, ich kann da draufklicken auch, äh, auf ungefähr 325 Story Points, ja? Ja, von denen sind ungefähr hier 60 noch blau, also in To-Do, ne? Das sind die typischen Jira-Statusfarben, äh, 100 sind in Progress und 150 sind auch abgeschlossen schon, ja? Ja, und das ist eine Information, die wir hier für jedes Epic sehen, wir bieten auch diese, diese Information für die Capabilities an, für die Features an, ja? Und, äh, grundsätzlich kann man auch, ich kann es ganz kurz zeigen, äh, alle Reports, die Sie jetzt hier sehen, die kann man auch alle customisen, ja, mit JQL zum Beispiel, ähm, ja, das dauert jetzt alles, wie gesagt, durch die Verbindung total lange. Ähm, und, ja, des Weiteren haben wir Prognosen und, äh, Werte, äh, wie viel Wert haben wir wann generiert und so weiter und so fort, also wir bieten, zur Zeit sind es neun verschiedene Reporting Gadgets an, äh, die auch tatsächlich, wie man hier auch sieht, ähm, von Ebene zu Ebene sich unterscheiden, ne? Von Ebene zu Ebene brauche ich unterschiedliche Informationen und ich habe ja auch unterschiedliche Rollen im Safe-Kontext, das heißt, ich brauche auch unterschiedliche Informationen, einfach, und die stellen wir hier zur Verfügung. Genau, ähm, das war jetzt eine ganz, ganz schnelle, ganz, ganz grobe Einführung. Die letzten sechs Minuten würde ich, äh, für Fragen, äh, gerade, ähm, nutzen. Eine Sache, die ich noch sagen möchte, ist, äh, auf unserer Website, agilehive.de, können Sie einfach gerne hier unten das Kontaktformular zum Beispiel ausfüllen oder hier über den Chat uns anchatten. Und, äh, 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 da machen wir üblicherweise eine Remote-Session zum Beispiel, dann zeigen wir das Ganze mal noch ein bisschen tiefer, ein bisschen entspannter, da können auch die ganze Zeit Fragen gestellt werden. Und, äh, genau, das wollte ich nochmal kurz im Abschluss erwähnen. Genau, gerne jetzt zu den Fragen. Ja, das ist, äh, eine gute Frage. Also, wir haben, ähm, sehr große Kunden, äh, wie zum Beispiel VW. Also, VW nutzt es tatsächlich auf einer Unlimited, äh, Datacenter-Instanz, ja, mit, ähm, ich weiß nicht mehr, wie viele es sind, aber mit mehreren Agile Release Trains. Die Deutsche Bahn nutzt es in verschiedenen Tochtergesellschaften, wie DB Netze, DB Systel, ähm, DB Cargo. Ähm, Schwäbisch Hallen nutzt es. Äh, da ist auch der Herr Ter Signy hier, der vielleicht dazu was sagen kann, dann gerne. Ähm, und, wer fällt mir noch gerade ein? Also, wir haben auf jeden Fall verschiedene Referenzen, ähm, die bereits Agile Hive, äh, im Einsatz haben, beziehungsweise, äh, ja, in der Implementierung sind. Ich habe eine Frage, ich gehöre jetzt auch quasi mit dazu, aber viele von diesen Begriffen, die du wie selbstverständlich genannt hast, sind mir nicht so geläufig. Äh, was mache ich denn jetzt? Aber als du vorhin zum Beispiel gefragt hast, äh, PI Planning, wer hat das schon gemacht? Ach, da hatten wir den Kollegen von Schwäbisch Hall, der das schon gemacht hat, alleine noch nicht. Wie komme ich denn da inhaltlich rein? Ja, also, äh, Agile Hive, ähm, ist jetzt sozusagen der Software Hammer, ja, um, äh, das ganze Tool gestützt, äh, zu, zu unterstützen, zu implementieren. Das, äh, bringt aber alleine gar nichts, ja, natürlich muss das Unternehmen selbst, äh, bereit sein, es muss transformiert sein, es muss begleitet werden, ja, zum Beispiel, äh, von Kegon, mit dem wir das ja auch, äh, äh, sehr viel zusammen entwickelt haben. Das heißt, das, äh, das, äh, das, äh, Mindset, ja, muss erstmal etabliert sein, ja, das machen wir nicht, sondern das machen dann eben, ja, Unternehmen, die darauf spezialisiert sind. Und, ähm, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, ja, dass wir die gleiche Sprache sprechen. Und, äh, das, äh, ganz klar ist, das sind die Rollen, das sind die Abläufe, äh, so und so funktioniert das Ganze, ähm, hätte ich jetzt hier noch einen Safe-Exkurs gemacht, dann, äh, hätte ich das zeitlich gar nicht geschafft, deswegen habe ich das tatsächlich heute übersprungen, äh, aber das ist eine Voraussetzung und sobald, äh, diese zutrifft, dann kann man hier über das Tooling sprechen. Genau. Weitere Fragen? Das war halt auch die Frage, ähm, zu den verschiedenen, ähm, Organisationsstufen, was du gesagt hast, also wie fing es an, glaube ich, mit Portfolio, Program, Feature, ähm, und dann halt Epic-Ebene, das war man halt in dem Moment nicht so ganz transparent, ähm, und dann kam halt dieses Capacity und Team noch dazwischen, dass wir jetzt auch nicht, ähm, ähm, Default-mäßig alles nutzen, ja, ähm, das waren so, war so mein Problem, aber ich glaube, es hat sich so im Laufe der Zeit geklärt. Ja, also ich kann es nachvollziehen, wenn man natürlich Safe jetzt nicht so richtig vor Augen hat, das noch nicht, ähm, ähm, ja, dieses Konstrukt noch nicht jetzt gesehen hat, dann hat man wahrscheinlich nicht viel verstanden, das ist, ich musste dieses Risiko eingehen, ja, weil alleine über Safe müsste ich wahrscheinlich schon über, ja, ungefähr eine halbe Stunde sprechen, und das reicht hier leider nicht aus. Ja, ich kann das nachvollziehen, ich bin im Moment gerade dabei, so ein Portfolio einzurichten und das sind dann halt tausend Fragen, die da auch hochkommen, wenn man da drin geht, ja. Was wir in dem Zusammenhang halt auch häufig, ähm, sehen, ist, dass, ähm, ich hab den Jan häufig so ein bisschen gefoppt, so Water Scrum und ganz viel Wasserfallplanung in diesem agilen Prozess, das sollen doch die Konzerne lieber gleich ganz agil machen und diese, dieses Framework gibt halt vielen unserer Kunden auch die Möglichkeit, schnell an bestehende Strukturen anzudocken, also schnell auch Leute abzuholen, die dann in einer ganz ähnlichen, denke, die kriegen dann so Geld, Dashboards, da können die sehr schön sehen, ähm, da können die sehr schön sehen, wie, ähm, wie die Teams so vorankommen und sich einfach auch viel stärker, so ein Gun-Chart in, äh, das ist halt geduldig, das machst du einmal und dann bleibt das immer gleich und irgendwann stellst du fest, der hat ja mit der Realität gar nichts mehr zu tun, während hier in dem Jira verändert sich das quasi sofort, wenn ein Teammitglied hingeht und sagt, ja, das war schön mit den 200 Story Points, aber das sind eher 500. Das sieht man dann halt gleich, auch, auch oben. Das ist, glaube ich, ganz, ganz spannend an der Sache. Genau, also das wäre auch Thema Transparenz, also grundsätzlich jeder, der mit Agile Hive arbeitet, ne, sieht auch alles, was sich darin befindet, ähm, das heißt, äh, die Teams sehen die Epics auf der Portfolio-Ebene, ne, die sehen, äh, wie die da die Priorisierung ist, ja, und, äh, das ist halt auch eines der, der Safe-Prinzipien, die wir natürlich hier auch anwenden. Was ich jetzt eben völlig vergessen habe, fällt mir gerade ein, das war das ganze strategische Thema zu zeigen, wie werden denn die Portfolio-Epics zum Beispiel, äh, auf Wirtschaftlichkeit geprüft, wie wird das Ganze festgehalten, ja, das habe ich jetzt eben vergessen, ähm, eigentlich habe ich jetzt keine Zeit mehr, äh, aber da die E-Kaffee-Pause ist, kann ich es gerne gleich noch zeigen, wer möchte. Wie flexibel ist das denn einsetzbar, also wenn ich jetzt von den, ich bin jetzt nicht in Safe so, äh, tief drin, dass ich das, äh, vielleicht richtig formuliere, aber es gibt ja diese vier Ebenen, wenn ich jetzt nur zwei mache oder nur drei und davon aber irgendwo nur die Hälfte, also ist dieses Tool flexibel einsetzbar, kann ich das konfigurieren auf das jeweilige, was ich nutze, weil vorhin in dem Vortrag haben wir ja auch gehört, die nutzen Safe Light, also so war der Sprachgebrauch, dass sie eben nicht alles nutzen, manches ja, manches nicht, äh, wie, inwieweit unterstützt Agile Hive? Also das Tool ist sehr flexibel, das heißt, äh, angefangen von der Anzahl der Ebenen, die benötigt werden, also haben wir, wie gesagt, habe ich eben schon gesagt, die komplette Flexibilität, da können auch zehn Ebenen, äh, da sein, das spielt keine Rolle, ähm, das heißt, wir können auch nur zwei machen, äh, wir haben, äh, haben, äh, die Möglichkeit, äh, die gesamte Betitelung, Benahmung, die das Unternehmen gewohnt ist oder gerne möchte, ja, können wir anwenden, also da muss nicht einmal zum Beispiel Portfolio Epic stehen, sondern da kann auch Initiative stehen oder Projekt stehen oder was auch immer, ja, Workflows können komplett angepasst werden, Felder können angepasst werden und, äh, wir haben ja jetzt eben gesehen, da sind sehr, sehr viele Apps im Einsatz, da ist dann halt auch nochmal zu prüfen, brauche ich alles davon, ja, das ist, was ich jetzt natürlich gezeigt habe, hier, das ist das Full Package, ja, damit können wir safe komplett abbilden, wenn das Unternehmen jetzt sagt, ach, das Drucken, äh, das halte ich jetzt für total irrelevant, ja, dann lässt man das eben weg, ja, ich würde es jetzt nicht empfehlen, aber, ja, ja, also da hat man die Flexibilität. Dann sage ich vielen Dank und fröhliches Kaffeetrinken. Danke auch.